Hallo Leute, ich brauche heute eure Unterstützung und zwar hat das Voting auf Facebook für den Beauty-Blog-Star-Contest 2014 begonnen und wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich unter die Top 15 gekommen und jetzt geht es aber um die Top 10 und die wählen diesmal die Zuschauer, das heißt ihr da draußen und deswegen brauche ich jeden Einzelnen von euch. Ich brauche eure Stimme, damit ich weiterkomme. Der Link zu dem Voting befindet sich in der Infobox, da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann der Lancome-Seite ein Gefällt mir geben und dann sucht ihr mich, also Cozy House und gebt mir einen Daumen nach oben und schon habe ich eure Stimme und bin in den Top 10 ein Schrittchen näher und ja, das würde mich einfach unglaublich freuen, wenn ich es schaffen würde, mit eurer Unterstützung in die Top 10 einzuziehen. Deswegen mobilisiert gerne auch Freunde, Verwandte, Familie dazu für mich zu voten, es wäre so, so toll und ich wäre euch so dankbar, wenn ihr das machen würdet. Und ja, was gibt es noch mehr zu sagen? Ich möchte euch einfach danken, dass wir mittlerweile über 500 Abonnenten auf meinem Kanal sind. Das ging jetzt super schnell in den letzten zwei Wochen und ich habe mich so gefreut und dachte mir, dass ich deswegen auch eine kleine Verlosung jetzt mit ins Video einbaue und zwar möchte ich euch gerne die Lidschattenpalette von Lancome aus meinem First Date Look verlosen. Die sieht so aus, das ist eine ganz tolle Palette mit zarten Rosé-Tönen, Taube-Tönen, die passt zu jedem Typen und die würde ich gerne an euch verlosen, weil ich finde, das ist so was ganz Besonderes, was man sich nicht einfach mal bei dm kaufen geht. Und wenn ihr die Palette gewinnt, könnt ihr halt auch mal einen Look perfekt nachschminken. Die Palette kostet original 50 Euro, also echt eine Stange Geld. Deswegen dachte ich mir, das ist wirklich was Besonderes und ein großes Dankeschön an euch. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Infobox, das ist aber total easy. Ihr müsst einfach nur Abonnent des Kanals sein, dem Video einen Daumen hoch geben und das Video teilen. Wenn ihr dann auch noch für mich votet auf Facebook, wäre es perfekt und dann könnt ihr die Palette gewinnen. Schluss der Verlosung wird der 6.6. sein, das ist dann auch Ende des Votinges auf Facebook und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon. Vergesst nicht zu voten, macht es am besten gleich, nehmt euch ein paar Sekunden und für mich würde es so viel bedeuten. Bitte, bitte, bitte votet für mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017